Der Führende ist der Führende in Finnland. Und im Ziel ist der Vincent Gaspot mit einer Laufzeit von 48,68, gesamt 1,36,29. Damit der Rang ein, der übernimmt die Führung. Jetzt warten wir auf den Führenden des ersten Durchgangs. Die Sollzeit für ihn, um den Vincent Gaspot zu verdrehen, mit dem Rang 48,94. Die Sollzeit für ihn, um den Rang 48,94 zu verdrehen. Ich wittere jetzt. Jetzt sind wir in den letzten Träumen. 48,94. Letzten.